So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4. So, wir hauen uns rein in die zweite Map hier, bald fertig, Gott sei Dank. Viel Spaß mit der Katzin. So, was das? Na, was das? Das ist das, der Takeda-Ki-Ba-Gun-Dat. Aber... So, wenn du Takeda-Ki-Ba-Gun-Dat hast, die Takeda-Ki-Ba-Gun-Dat ist nicht so, Takeda-Ki-Ba-Gun-Dat. So ist es, Kage-Kat-Sama. Um. Schupe-Teki, ich bin. 関東に意を示したケンシンは、北条と和義を結び、越後に帰還した。 ケンシンの宿敵、信玄は、植杉が関東に出陣した隙を突き、信濃に進行、川中島に前線基地となる海津城を築く。 信濃の豪族たちは、ケンシンに助けを求めた。 ケンシンはすぐさま、川中島に出陣し、西女さんに陣を構える。 関東に続き、この川中島の地でも、神の軍略が炸裂しようとしていた。 ケンシンの宿敵、川中島の戦い。 ケンシンの宿敵、川中島の戦い。 よく、川中島の戦い。 So, kommt jetzt noch eine Karte hin? Nein, sehr gut So, dann schauen wir mal Kriegst du von mir ein besseres Pferdl Und das passt So, hauen wir uns rein Let the battle beginn Und zeig uns die Karte bitte Das wäre sehr freundlich, wenn du schneller laden würdest So wie immer Danke Okay, dann steigen wir mal runter Da vorne haben wir gleich den ersten Ja, die reden da schon wieder über irgendwas Ich hab keine Ahnung So, den müssen wir auf jeden Fall jetzt mal killen Der ist weg, sehr gut Da unten haben wir einen Barackenkommandanten Ist immer Kommandant Nach so vielen Parts-Cover ist noch immer nicht geschnallt Dass das ein Kapitän ist Wurscht, scheiß drauf So So, bitte stirb jetzt Danke So, und ihr seid die Nächsten So, wohin? Ja, genau Das sind meine Ziele da vorne Perfekt So, bringen wir euch mal da zusammen Und geht schon Ah nein Das ist nicht der gleiche, oder? Das ist doch ein anderer So Danke, dass du mir da jetzt eine Katzin rein hast Vom Nebel Das finde ich sehr nett Nein, nein Der andere hat Karten gehabt Der ist komplett anders Der Typ Ja, wieso machst du deine Kombos nicht? Bist du nicht zu hoch gelevelt? So Dann machen wir es halt so Die gute altmodische Art Alter, was ist mit ihm? Leckt das Spiel, oder was? Okay, gut Aber zumindest sind die mal die down Damit kann man auch leben So, da drin haben wir einen Fahnenschwenker Den holen wir uns gleich Servus, Christi Brauchst du nicht deine Leute Verbessern da? Und du noch Und? Komm Ah Das ist komisch Irgendwie funktionieren die Moves von ihm nicht Ich hab keine Ahnung Ah, jetzt funktioniert's? Okay Jetzt hat's funktioniert Ich hab ihn genommen An den Eiern, glaub ich So wie das ausschaut hat So, skill dich ab Skill dich ab, Baby Sehr nice So, wohin? Ich hab keine Ahnung Ich geh da mal weiter rauf Da kann ich irgendwo Ja, da Gut Dann machen wir kurz einen Charakter-Switch Und ich zeig mal Gratos her Würde ich sagen Ja, schaut cool aus Da haben wir einen Baracken-Kommandanten Schon wieder Kommandant Ja So wie immer Ich hoffe, ihr seid jetzt nichts anderes gewohnt von mir So Da vorne rechts und dann nach links Okay, passt Ist jetzt nicht so weit weg, Gott sei Dank Die Mappe ist auch ein bisschen kleiner, finde ich So, das sind meine Leute Sehr gut So Warum läuft der jetzt schon wieder von mir weg? Kann man das irgendwer erklären? Ah, der rennt da rein Jetzt ist er drin Ja, ja Der ist da drin, ne? Okay, gut Ich hoffe Ich hoffe, das Ding ist jetzt nicht gescheitert Nur weil der Typ da reingelaufen ist Aber ich glaube, das war die Frau, oder? Dieser mit den rosonen Haaren, glaube ich War das So Wenn du mir zeigen könntest, wo mein nächstes Ziel ist Ansonsten gehe ich da jetzt links rauf Nämlich da oben ist auch noch wer Ja, da rennt er schon Der Herr Mausi Bär Der rennt da auch rein Er scheint aber kein Ziel zu sein Okay, da ist er Bist du ein Ziel jetzt? Nein, bist du nicht Okay, wir müssen wieder runter Ich hoffe, die KI geht da runter jetzt einmal So schaut der Finisher aus Danke für die Wunderbaren Untertitel da unten Ich finde das immer sehr nett Wenn ich das mache Und dass dieser Scheiß-Untertitel immer da ist So Der Charakter ist schon unten Das ist gut Das heißt, wir machen uns mit ihm Auf die Socken dorthin Zuerst machen wir den da Alter Alter Der macht wenig Damage Oh, da sind sie Das heißt, wir machen gleich die Super-Ultimeter Würde ich mal vorschlagen Jawohl, ich bin ja eh gerade unterwegs Ich bin eh schon unten eigentlich So, ganz ruhig jetzt da Zack Genau Und hau rein Ah, sehr gut Nein, doch nicht Der macht einen Vorwärtsschlag Verdammt Ich habe immer gedacht Der macht einen flächendeckenden Schaden So, her damit Mit dem Item Schaut euch an Wie groß der Charakter ist Ja, jetzt ist er wieder klein Habt ihr das zählen, wie groß er war? Unglaublich So Wohin? Da unten Baracken Kapitän Das erste Mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe Nach ihm war es nicht Wie viel Bart Unglaublich Da, komm her da Lass mich da durch zu ihm Lass mich durch zu ihm Wo ist er? 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 Da unten ist er Hier das alles blockt, der Wichser Das ist eh klar Jetzt haben wir ihn Zack, zack Her mit deinem Item Danke Da brauchen wir da mal rein Damit können wir leben So, wohin? Kann man das bitte irgendjemand sagen? Oh, ihr depperten Vollidioten auf eurem Pferdln Alter, wirklich Wie er mich mitnimmt Der Wichser Komm runter Gibt's ja nicht Muss mich dort auch nicht aufhalten Von irgendeinem Typen Auf einem geschissenen Pferd Alter Und darauf So, aber da ist zu, oder? Ja, ja, da ist zu Da ist zu Okay, gut Wir machen Charakterswitch Achso, die reden noch die ganze Zeit Ja, dann redet's halt Und jetzt macht's euch endlich mal aus Wo ich hingehen kann Macht irgendwas auf Ich hab keine Ahnung Gut, da unten Na bitte, da haben wir's schon So, die normale Ultimate mit ihm Na, dann hau mal rein, Alter Ja, ist nicht so schlecht Er macht halt nicht so viel Schaden Weil er halt Nicht wirklich hoch ist So, her damit Genau, ja Passt schon Mach einen Vorwärtsangriff Komm, komm, komm Schnell Ah, verdammt Fast hätte ich die auf dem Pferd erwischt So, da jetzt hab ich's erwischt So, wo ist der Baracken Heinzi Da hinten Wir nehmen auch noch alle mit So, ja, endlich So, da oben Okay Dann machen wir einfach durch Das passt schon Super ist das Da kommt der Nächste Du musst meine Baracken wieder wegnehmen, gell Ne, ne, ne Nicht mit mir Nicht mit mir Ja, damit Danke Und wieder da durch Da kommt der Nächste Wir sind sogar besser Wir schauen uns die Super Ultimate mit ihm einmal an Und hau rein Hu, hu 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 Okay Ja, das hat Stil So, das nehmen wir uns alles mit Zack, 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 zack Und wieder durchrauchen Da haben wir ein Baracken-Kommandanten Sehr gut Das schaut aber nice aus, muss ich sagen Kein Item Und das für ein Dreck Und wieso sind die so stark da Unglaublich Wurscht Wir gehen weiter Wir holen uns das Ziel da vorne Vielleicht werden es dann schwächer da Wenn ich ihre Hauptmänner da umbringe So, und geht schon Auf irgendeinen drauf Das passt schon Ja, wir verlieren halt wenig An Lebensenergie Aber das passt schon Besser als gar nichts Komm, sehr gut Jo, wie war's ey Ich kann zum Boss gehen Komm, kill den noch vorher Sehr gut So, her damit Danke Ja, jetzt sind schwächer Gut, passt Jetzt können sich auch meine Leute da Wehren ohne irgendetwas So, das wollten wir auch mit Wie immer So, auf den scheißen wir jetzt So, der Boss ist weg Okay Gut zu wissen Gibt's dann Baracken-Kommandanten Damit ich das da einnehmen kann Wahrscheinlich so Okay Dann wieder zurück da Brauchen wir einfach mal rein In die Menge Jetzt glaubt's nie eigentlich Wer ihr seid Da ist der Baracken-Kommandant Okay Nein, nein, nein Nein, wurscht Hauptsache Irgendeiner ist da Damit ich das da einnehmen kann Da oben So, wohin? Wir gehen einfach runter Da rauchen wir wieder durch Zack, 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 zack 700 Kills schon mit ihm Ja, gar nicht mal so schlecht Komm, schnell Boah, nein, das geht nicht Schade Aber die auf dem Pferd Die erwischen wir noch So Und wieder durch So, Characterswitch Was machst du da? Du machst da ein schönes Leben Da oben anscheinend So, dich tun wir auch aufskillen Das ist eigentlich eh wurscht bei dir Okay, der rennt dann mir vorbei Ich hab keine Ahnung, wo der hin will Wir lassen ihn einmal Irgendwas Ah, da ist einer Okay Den willst du, dass ich umbringe? Kein Problem Komm, steh auf So, wo jetzt hin? Ah, da unten Ui, das ist ziemlich weit weg Okay So, ihr schleicht euch da von mir Wir nehmen euch alle mit da Wir tun euch aufskillen da Finkt das lustig, wie blöde die KI ist Am Anfang hat mir ja die KI sehr gut gefallen Aber jetzt, wo ich das eigentlich so richtig einmal sehe Muss ich sagen Gegen normale Soldaten so lange zu brauchen Das finde ich ein bisschen komisch Jo, ich bin ja gerade unterwegs darunter Passt schon Es ist halt am Arsch der Welt Das ist das einzige Problem So, fällt Okay, gut Ich hab keine Ahnung, was da jetzt gefällt ist Aber mir ist egal Es geht eh automatisch einfach weiter hier Vielleicht hätte ich mir das Pferd rufen sollen Aber es ist ja wurscht Wir haben ja Zeit Wir sind ja erst bei 15 Minuten Zu viel zum Thema Da haben wir noch was Sehr gut So, ich bin gleich bei dir Um dir in den Arsch zu treten So, das kannst du auch gleich mitnehmen Äh, jo Ah, ist eh offen So, ihr schleicht's euch da So, und da vorne ist er schon Zack, 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 zack So, kriess, zack, alle miteinander Da haben wir einen Baracken-Kommandanten. Sicher, den nehmen wir doch gleich ein. So, haben wir es? Ich glaube, wir haben es, oder? So, aber da ist nichts. Oh ja, da, 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 da. Wir machen die Super-Ultimate mit ihm. Und hau raus, was geht. Und putz. Da ist schon wieder dieser Sanada. So, Level Up. Gut, damit kann man auch leben. So, komm her da. Wo bist du, Sanada, he? Hau raus, was geht. Sehr nice. Okay, passt. Du wärst der Erste, der dran glaubt. So schaut der Finisher aus. Boah, der Typ ist echt cool. So, Sanada, wo bist du? Da hinten. Am Arsch der Wörter ist er. Und putz, und putz, und putz. Und, kommt, down. Sehr gut. Und ihr schleicht euch da jetzt, da. Kann ja nicht wahr sein. So, wohin, wohin, wohin? Kann ich da jetzt weiter rauf gehen? Jawoll. Aber ich kann nicht zum Boss gehen, aber da vorne ist noch einer mit Namen. Die scheißen wir jetzt. Ja, komm, du dich aufleveln da. Oh, da sind zwei. Barackenkeeper und... Barackenkeeper, das ist unglaublich. Barackenkapitän. Okay, passt. Das nehmen wir mit. Und... Das da hinten haben wir auch, glaube ich, schon mitgenommen. Okay, passt. Ah, einen Gatekeeper gibt's ja auch. Nice, dann kann ich zum Boss. Komm her, da. Okay. Ja, schau, da hat er eine gewisse Art von Gratus, finde ich. Das da mit diesen da zum Beispiel in den Boden rein stampfen. Seine Schwerter. Alles mit Feuer. Ja, ja, das hat schon was von Gratus. So, komm. Zack. Ja, und gib ihm. Ja, ich hab keine Ahnung, warum die so viel aushalten. Nämlich, ich sehe keine Fahnenschwenker hier. Wo bist denn? Bist du schon dauernd, oder was? Wo ist denn der? Ist der schon dauernd? So, ein Tausender haben wir schon mit ihm umgebracht. Das ist gut. So, wir gehen jetzt einfach da straight zum Boss. Von Ochi, ja. Du wirst auch dran glauben. Aber der Typ da, der der Boss ist, mit dem hab ich auch gern gespielt. Der war auch cool. Ich hätt mal nicht gedacht, dass der so viel drauf hat. Aber der hat mehr drauf, als alles, was ich sonst gespielt hab, eigentlich. So, wir machen die Super-Ultimate. Jetzt schon, lass mich. Nein, er hat sich weggedreht, der Wichser. Wurscht. Konochi haben wir getroffen. So, gleich auf ihn, da. Da verliert fast über, verliert eigentlich überhaupt keine Leben. Aber jetzt, okay, gut. Na gut, das hilft dir auch nicht wirklich sehr viel. So, tu dich mal da raufhauen. Schau mal, dass wir wieder deinen violetten Balken da raufkriegen. Ah, das wird dauern. Das sind zu wenig Gegner. Sie sterben mir zwar nicht weg. Ich kann das jetzt jederzeit machen, aber trotzdem. Wo ist denn der jetzt? Ah, er ist ja da, okay. So, wir dachten, der ist schon wieder weg, der Boss. Einmal noch. Einmal noch. So, war sie, Bär. Probieren wir's gleich noch mal. Nein, nicht schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Das Kiel, Alter, wirklich. Das Glück ist mir nicht heute heute. Alter, komm, hau in die... Hau in die Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Komm, jetzt stirb. Es kann sich nur um Stunden hangen. Aber mit dem Finisher-Move. Sehr gut. Wir haben die Map vollendet. Der Typ ist leibernd. Der Typ ist echt leibernd. So, Victory. Jetzt wird nicht einmal geredet. Geile Scheiße. Dann schauen wir uns die Schluss-Cut-Sinn da an. So, ja, sehr schön, danke. Ja, sehr schön, ja, danke, sehr schön. Super, alles super, danke. Ja, super, danke für die Items und allen möglichen Scheißtrick. So, viel Spaß mit der End-Cut-Sinn. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön, danke. Ja, sehr schön, danke. Ja, sehr schön. Es ist ein wenigstensches, aber es ist so schwierig. Aber es ist gut. Na, ich habe die Koffe gemacht. Ja, ich gebe es. Ja, ich gebe es. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht verletzen. Ich habe mich für den Kage-Torra gemacht. Nein, es ist sehr gut. Ich kann mich nicht mehr essen. Ich kann mich nicht verletzen. Mein Vater. Ich kann mich hier finden. Kagekatsu Das war's mit der Karte in der nächsten Battle of Totorgava. Wenn ich das richtig ausspreche, ich hab keine Ahnung. Jo, ich hoffe es gefällt euch noch immer. Bis dahin, macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.